Das ist auch nochmal der wichtige Aufruf, dass es wichtig ist, auch Nein zu sagen gegen Kriegerwische, Außenpolitik und aktiv zu werden. Da kann ich mich nochmal dran anschließen, du hast gesagt, wann sich die Arbeitsgruppe trifft. Heute Abend gibt es nochmal im Gewerkschaftshaus eine Veranstaltung, auch anlässlich des Antikriegstages, meines Wissens um 19 Uhr. Und dann am 8. Oktober gibt es in Berlin eine Antikriegsdemonstration für diejenigen von euch. Berlin ist weit weg, aber wer die Möglichkeit hat, kommt da hin. Und ansonsten hat mir nur vielen Dank, dass ihr da wart und einen schönen Tag noch. Und weiter kämpferische Kraft gegen Kriegerische Politik und Kapitalistik.